Das ist das Radio Luzern Wochenend-Magazin mit den besten Tipps für Sie. Starten Sie mit Radio Luzern jetzt noch besser ins Wochenende und vor allem informiert. Einfach Wow! Meereschildköten 3D. Am Samstag am 3 und am Sonntag am 2 im Verkehrshaus Filmtheater. Der Film «Schildköten Odyssee» begleitet Meereschildkröte Bungee auf seinem Lebensweg. Vom winzigen Jungtier bis ins Erwachsenenalter. Meereschildkröte gehören zu den majestätischen und ältesten Lebewesen der Erde. Seit über 100 Millionen Jahren durchqueren sie die Meere, überleben mehrere Massenaussterben und spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung von gesunden, marinen Nahrungsnetzen. Bis zu 50 Jahre lang durchqueren die bemerkenswerten Reptilien Tausende Kilometer vom offenen Ozean, um dann an den Strand zurückzukehren, wo sie geboren worden sind. Dort legen sie ihre Eier und schaffen damit die Grundlage für die nächste Generation. Die Filmcrews sind den Schildkröten gefolgt, um die Wunder von ihrem Lebensraum zu entdecken. Dabei sind sie vielen faszinierenden Kreaturen begegnet. Durch 3D-Aufnahmen verwachen die verspielten Seeleuen, die winzigen Seepferde und die bunten Clownfische zum Leben. In der englischen Originalfassung tut der Russell Crowe, bekannt aus Hollywoodstreifen wie Gladiator, als Erzähler die Reise von Bungie begleiten. Die Stimme der deutschen Version wird Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Luzern aber auch bekannt vorkommen. Für einmal auf Hochdeutsch. Mehr Infos gibt es unter www.faciashouse.ch OPAC entwickelt seit 1988 eine eigene Enterprise Software Plattform in der Schweiz. Das Kernstück der Plattform bildet OPAC Oxas, wo sämtliche digitale Unternehmensressourcen wie Daten, Dokumente, Funktionen, Integration etc. zentral zur Verfügung stehen. Auf dieser Grundlage stehen homogene, leistungsfähige und standardisierte Anwendungen zur Verfügung wie OPAC ERP, OPAC ERP Mobile Office, OPAC Enterprise CRM und OPAC Enterprise Shop. OPAC sucht laufende Projektleiterinnen und Projektleiter. Urs Amrein im Exklusivinterview. Herr Amrein, Sie gehören zu den beliebtesten Arbeitgebern. Wie wird man das? Indem man den Mitarbeiter respektiert und in eine Arbeitsumgebung hinstellt, in der man sich weiterentwickeln kann. Und das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt, dass man Selbstverantwortung übernehmen kann und so seine Leistungen bringen. Und mit dem neuen Firmenkomplex in Rotenburg hat man natürlich die Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter, die man auf dem höchsten Niveau hinstellen und zur Verfügung stellen kann. Und das ist sicher ein Aspekt, den vielen anderen auch nicht. Welche Voraussetzungen muss ein Projektleiter bei Ihnen mitbringen? Das Wichtigste natürlich ist, er muss Freude am Beruf haben, er muss gerne verschaffen. Das ist sicher einmal eine wichtige Grundvoraussetzung. Dann ist es sehr wichtig, dass der Projektleiter planen und koordinieren, das gerne macht. Dann ein Lösungskonzept erstellen, zum Kunden in seine Infrastruktur, in seine Prozesse können lernen und sie in einem Lösungskonzept erstellen, umsetzen, Rahmenbedingungen definieren und das nachher in unsere Software zu implementieren. Und was ist noch? Also er muss sicher eine gute Grundausbildung, Unterbildung in die Informatik haben, technisches Verständnis und Interesse von komplexen Softwareanwendungen. Und was sehr wichtig ist, ist eine höchste Qualitätsbewusstheit. Also wenn man nicht richtig ist, dass es funktioniert, sondern eine Qualität auf höchster Ebene. Dann gute Kommunikation, weil im Team, wie auch mit Kunden, Teamgeist, Durchsetzungsvermögen und was wir auch wollen, wir haben ja Jahresarbeit zu sein, also er muss sehr selbstständig sein und sich eigene Initiativen entwickeln. Ein Job mit Zukunft und Perspektiven. Bewirb dich jetzt als Projektleiterin oder Projektleiter bei der OPAC. Als Projektleiterin oder Projektleiter bei der OPAC schaffst du mit Projektverantwortlichen auf Kundenseite in der ganzen Schweiz zusammen. Intern bist du Teil vom Team und schaffst projektbezogen, je nach Aufgabenstellung in unterschiedlichen Projektteams. Nach einer intensiven Einführung übernimmst du Aufgaben bei Neuprojekten oder der Betreuung von bestehenden OPAC-Kunden. Mehr Infos gibt es unter www.opac.ch Meine geniale Freundin, 1 bis 4, am Samstagabend, am halb 8 Uhr im Luzernentheater. Schauspiel mit Musik nach dem Roman von Elena Ferrante. Elena und Lila wachsen gemeinsam in einem armen Viertel von Neapel auf. Ihre Lebenswege trennen sich, wo Elena das Gymnasium besucht, studiert und schliesslich erfolgreiche Autorin wird. Lila wiederum wählt einen anderen Weg, wo ihr Vater ihr Studium verweigert und heiratet früh. Trotzdem bleiben sich die beiden Freundinnen ein Leben lang verbunden. Jahre später gibt es Verschwinden von Lila der Elena einen Anlass, um ihre gemeinsame Lebensgeschichte aufzuschreiben. Elena Ferrante erzählt mit sorghafter Wirkung nicht nur Geschichte von einer Freundschaft, sondern von einer ganzen Epoche. Neapel prägt von der Camorra, von dem neofaschistischen und linken Terrorakt, einem feministischen Bestreben von den 70er Jahren. Die Autorin zeichnet Nachkriegsjahre aus weiblicher Perspektive nach und was es heisst als Frau um Selbstbehauptung innerhalb der männlich dominierten Gesellschaftsstrukturen zu kämpfen. Die britische Regisseurin Lili Sykes inszeniert zum ersten Mal am Luzerner Theater. Sie ist bekannt für ihre feinpsychologischen Inszenierungen, wo Geschlechterfragen ins Zentrum rücken. Mehr Infos und Tickets gibt es unter www.luzernertheater.ch Schaffen Sie Platz? Die Marktlage in vielen Branchen kann sich häufig und schnell ändern. Da sind Sie mit den Lichtbauhallen von Orgatent für jedes spontane Vorhaben gerüstet. Die Ausstattung kann den verschiedenen Einsatzzwecken angepasst werden. Sie können zwischen individuellen Eigenschaften wie Thermodachplanen, Sandwich-Panelfassaden, elektrisches Rolltor oder LKW-Laderrampe wählen. Somit integrieren sich die schlüsselfertigen Raumlösungen nahtlos in Ihren Prozessen. Der Geschäftsführer Armin Buri im Interview. Herr Buri, welche Vorteile bietet eine Lichtbauhalle? Die Vorteile von einem solchen Zelt sind natürlich, dass wir viel, viel flexibler sind. Wir können das relativ einfach und schnell in verschiedenen Grössen produzieren und innen bauen. Wir reden hier von einer Laufzeit von 8 bis 10 Wochen und die Halle stehen hier oben. Sei das in einer Breite von 30-40 Meter, in einer Länge von 50-70 Meter und mit einer Seite höher von 8-9 Meter. Das bringen wir alles relativ einfach und schnell hin. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Hallen relativ einfach und unkompliziert wieder zu vergrössern oder zu verkleinern oder umzusetzen. Weiter sind natürlich auch die Kosten ein wichtiger Punkt. Wir haben bei diesen Hallen, im Vergleich zu einem Festbau, der ja Foundationen braucht, wo es auch um einiges schwieriger und aufwendiger ist, etwas zu bauen und zu realisieren, sind wir da eigentlich viel einfach und unkompliziert unterwegs und können sich natürlich dann in den Kosten um einiges günstiger produzieren und sie entsprechend anstellen. Und was kostet so ein Projekt? Ja, so ein Projekt kommt natürlich darauf an, wir fangen hier an bei 5'000 Franken für ganz kleine Hallen. Da reden wir in einer S-Line-Linie mit 5 Meter Spannweite, 3,50 Meter Seite Höhe und im Rast von 2,5 Meter. Und dann gibt es natürlich noch oben Projekte, wo man mit 6'000, 7'000, 8'000, 900'000 Franken realisieren. Aber dort reden wir natürlich schon von kompletten Turnkey-Solutions, die man dann sogar angestellt hat, für LKWs, wo man elektrische Rolltour mit Sensoren hat, wo man einen Innenboden hat, einen Innenpodest hat, Beläuchung, Heizung, Klimatisierung, also da haben wir natürlich so viele Möglichkeiten und können das individuell auf den Kunden, auf den Kundenbedürfnissen entsprechend ausarbeiten und entsprechend erstellen. Und wo kann man die Zelte überall einsetzen? Ja, in unseren Industriezelten, in unseren Industriehallen kann man eigentlich wirklich überall ohne große Vorarbeiten einsetzen. Das sind auf einem Teelplatz, auf einem Nachtfallplatz, auf einem Schotterplatz. Der Vorteil wird an, dass wir einen einfachen, leichten Bau haben und nicht auf die Fundamente angewiesen sind in einer gewissen Größe. Das führt dazu wirklich an, dass wir diese praktisch überall, wenn das Platteinigmaske gerade ist, aufbauen können. Persönlich, Maske schneidert unkompliziert. Orgatent bietet Ihnen individuelle Raumlösungen sowie Finanzierungsangebote wie Kauf, Miete oder Leasing an. Es bleibt das wichtigste Ziel von Orgatent, flexible Lösungen zu ermöglichen und weiterzuentwickeln. Darum stellt sich der Kundenservice von Orgatent auf Sie ein und nicht umgekehrt. Die individuelle Lösung schneidert die Firma genau auf ihre Bedürfnisse zu. Schnell, problemlos und auf fast jedem Untergrund. Mehr Infos und Kontakte gibt es unter www.orgatent-industry.ch Dannengrün und leichter Glanz. Eine herrliche Weihnachtsführung an diesem Sonntag vom 4.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Flanieren Sie mit den Geschichtsexperten durch unsere wundervolle Leuchtenstadt und verkürzen Sie so die Wartezeit bis Weihnachten. Es werden Ihnen die Geheimnisse von Samichlaus und Christkind verraten und darüber berichtet, wie der Tannenbaum den Weg in unsere Stuben gefunden hat und seitdem Lichterketten unsere Gassen und Plätze schmücken. Sie hören besinnliche und witzige Geschichten rund ums Luzerner Brauchtum im Dezember und besuchen die lebensgrosse Krippe. Mehr Infos und Anmeldungen gibt es unter www.luzern.com Radio Luzern wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Mit Radio Luzern starten Sie besser ins Wochenende. Endlich Weekend Endlich Weekend Endlich Weekend Endlich Weekend Vielen Dank.